Hallo und willkommen zu diesem Video, ich glaube kann auch euren Namen von White Angel jetzt zu diesem Video begrüßen, wer jetzt fragt, warum ich ihr Videomaterial vom Stream noch benutze, ist die Antwort einfach, ich hatte mein eigenes Mikrofon dort, nicht an in meiner Aufnahme und benutze deswegen das Videomaterial, das mir zum Glück von White Angel bereitgestellt wurde. Danke dafür White, sag lieber mir, danke, dass dies wieder zusammenschneidet und du dich nachher totlachen kannst, denn ich weiß POG genau, du wirst dieses Video gucken. So, und jetzt genießt es einfach, danke. Ich freue mich, dass ich auf Haddonfield bin, Entschuldigung. Okay, ich habe rausgefunden, wie ich schlage. Hey, na? Hey. Na du? 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 So cool! Wo bist du White? Ich sehe dich nicht. Ich bin auf dem Keller! Ich bin am Keller! Ich bin am spinge. Aهمhm! Wenn mal Plan funktioniert, bist du gleich wieder sicher. Sie ist bei mir. Ich... Ich suche einen Generator! Ajo, geht ein Generator! nosotros es besagt K морicka, geht ein Generator… In das Haus geht er rein. Okay, das war Rudolf mit … White, halt er aus. Jaaaa sekunden spät und jetzt musst du einfach mir nachlaufen aber nicht rennen nicht springen okay darf mir nachlaufen ah scheiße die angst ist abgefroren ok rennen, rennen, rennen scheiße habe ich für euch gemacht leute für euch verkackt die ist amir hat vorbeigelaufen sie öffnet die tür sie ist bei mir ich glaube ist tot nicht mit da wo wir gerade eben waren da denke ich es wieder ich weiß ich bin auch wieder auf meinen posten scheiße, wenn sie jetzt zu mir kommt färs gut ich glaub ihr kommt zu dir, oh shit sie kommt zu dir zu wem, zu mir? ja sie ist in deine richtung gegangen, sie ist auch dahinten, nein geh weg, nein nein nein, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt du musst sagen zu wem es ist aber auch so eine white angel killerin, weißt warum? na sie war gerade so unfähig zu laufen frau mich wie lange white braucht sie wollte sich was zu trinken holen also wow, ich lauf in ihre richtung, scheiße lol oh hi hi white ich hab immer noch auf stimmen geschalten ich will schon seit 5 Minuten warte ich schon auf wir euch, guck ich euch schon zu und jetzt philosophische weisheiten mit killer hd white is whiter than white weisheiten mit killer hd dankeschön, jetzt singe ich Winterliedern wenn du deine ländlers kannst du den anderen schwein warte warte fröhliche oh nein, er oh du tötliche du warte Ich glaub es ist sinnlos, wenn ich weiter mein iPad anhabe bei dem Chat. Er kommt hier! Er ist hinter dir! Er liegt vor mir! Er liegt vor mir, White! Ah nein, bloß nicht! Tschüss, Volki! White, wann bist du alleine? Ich will nicht alleine sein! Nein, er ist schon da bei mir. Scheiße. Scheiße, ich kann das immer noch nicht machen hier. Er hat mich! So viel zum Thema. Ehrenmord! Tschüss! Das ist jetzt gerade eine sehr dumme Situation. Der hängt am Haken. Ja, wie geht nochmal Ehrenwort? Einfach nicht. Einfach töten lassen. Attempt Escape und danach töten lassen. Was? Escape? Okay. Äh, Maustaste. Du musst Maustaste drücken. Und danach kannst du nicht wackeln. Okay, dann wackele ich hier fein rum. Ich spinne. Es war so mickrig. Gut, bin auch gleich tot. Bin tot! Wir sind erfolgreich... Oh, schön, der Angel of Sky liebt den. Dead by Daylight. Ja, toll! Wir sind erfolgreich alle gestorben. Ja, das war unser Ziel. Das war unser ganzes Ziel gerade. Dead by Daylight. Wir sterben aber gerade, obwohl es Nacht ist. Ja, das ist halt echt zu, ne? Hi Ventilator, ich mach dich wieder an. Ah, hallo Ventilator, heute schon was gegessen? Nein, keine Ahnung. Wie machst du so Ventilatoren? Der steht direkt neben mir und ich drück auf Power. Nein, doch. Das Game ist halt echt nichts für mich. Da bin ich lieber mit Mr. Nein Nein unterwegs. Ich hab grad auf alle meine erspielten Purchase verzichtet. Das könnte ganz schlimm enden. Ehm. Wir schaffen das! Positiv denken Leute! Positiv! Positiv! Wuuuuh! Wenn man merkt, dass Wolki so verzweifelt ist, dass sie sich selber halb ein Weinen einreden muss, positiv zu denken. Das sind alles... Ich rede mir immer positiv zu, das ist sehr beruhigend für mich. Wir werden alle sterben. Wir sind sowas, Foto. Hey, ich sehe, ich sehe Wolki! Du bist direkt neben mir. Ohohohohohohohoh. Ja, Schwester Herz! Ok wir laufen zusammen. Wo seid ihr denn? Ich muss euch bei euch mitmachen? Ich hab' nen Generator. Ich geh' kırm Generator. Warte mal das ist irgendjemand! Der Mörder! Mörder! Oh bad! Oh bad! ist die jägerin ja es ist die jägerin oh sie hat mich nicht gesehen aber sie ist bei mir irgendwo ist gerade bei mir ist jemand auch sie läuft gerade von mir weg oh sie ist bei mir sie ist bei dir ich schraube ich jetzt einfach nur nicht okay ich sehe euch da hinten weil du das genau in seine richtung also die können das bin ich das war so ich hab dich gerade gesehen das bin ich habe ich habe neben mir gesehen ach so dass du mir daher nein ich bin am generator das wenn man so stracke das maus wie so kleines kind dass wir erst hin wollten okay kann sich jetzt einer von euch als hilfreiche herausstellung zum haken da holen ich kann ich habe versucht den haken runter zu kriegen aber ich komme da wenn ich dran du musst nicht man den haken und du musst mich vom haken runter hast du dich vom haken holen das kriechen also hoffe ich ich freue mich wieder hey wenn ich bin da und ich bin da auch mehr weil ich bin ich bin ich woher jetzt machen das ist sehr nett von dir das ist nicht weit das steht das bin ich haben So, warte mal, wie mach ich denn das? Wie nehm ich dich zu zahlen? So, hier! Nein! Wait, wo bist du? Ich will jemanden vorbeibringen! Ich will doch nicht schlafen! Wait, wo bist du? Ich will jemanden vorbeibringen! Ich bin da, wo du dich bist! Okay, dann, dann, das tut mir jetzt leid! Ich bin böse, ich bin ganz böse, ich weiß! Nein, 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 nein! Nein! Da bist du! Ich will mit dir ein Spiel spielen, Wolki! Ich will mit dir ein Spiel spielen! Das ist jetzt bei Daylight! Oh! Macht das Spaß? Ja! Es geht darum, ermordet zu werden, oder andere zu ermorden! Das ist aber toll! Oder in 0,0001% der von 10 Fällen zu escapen! Das ist aber toll! Das klingt sehr spaßig! Ey, wenn das so lange dauert, dann geh ich nochmal aufs Klo, ey! Okay, dann verpisse ich mich kurz! Verprügeln wir und vergewaltigen wir den Killer, danke! Ja! Oh ja! Da wär ich dir für! Ich möchte mal gerne einen anderen Killer haben, nicht nur die Jägerin! Warum wollen zwei weibliche Personen vergewaltigen, oder? Tja! Und einen weiblichen Killer! Das wissen wir ja noch nicht! Das könnte jetzt auch ein Mann sein! Weibes wäre es! Es ist French! Wenn du was willst schon nachher! Naja, also als Vergewaltigung zählt ja nicht nur, ähm, das Wort mit drei Buchstaben, sondern auch, glaub ich, mehr, oder? Ja! Siehst du? Das Wort mit drei Buchstaben! Das ist ein gewisses Nutzteil dazu abschneiden! Und ihnen zu fressen geben! Nein! Sind wir ehrlich, White will den Killer nur umgehen! Sind wir ehrlich! Gut, das stimmt, gebe ich zu! Ich will den auch nur umbringen! Ich will den auch nur umbringen! Scheiße! Der, der vom Killer wegrennt! Wer ist denn da gar vom Killer weggerobbt? Ich nicht! Ich auch nicht! Ich bin am Generator wieder! Dann ist es die andere! Ich glaub, der nimmt es, dieses ist die andere! Der vergewaltigt momentan die Tastatur! Ich! Ich nicht! Ja! Ich muss hier richtig vollgewaltigen hier! Ja! Jetzt ist die Killerin weg! Nicht wirklich, glaub ich! Du musst sagen, ob ich nicht kommen soll, oder nicht? Na, wenn jemand in der Nähe ist? Also sie ist nicht direkt bei mir! Oh, ich bin tot! Scheiße! Volki, hilf mir! White ist es, äh, ist es, äh, klar bei dir? Die weißen Boxen, da unten unter eine Minute, ja! Volki, ist er bei dir? Ist er bei dir? Nein! Volki, hilf mir! Ich bin unwichtig! Hilf dem! Hilf dem mit der höherem Überlebensshow! Heil mich bitte! Also bei mir ist er nicht! Ich hol dich gleich! Hey! Oh, oh! Einzig losgemessen! Das ist so geil! Schnell, Volki! Renn! Ich renne! Ich renne! Ich renne! Ich renne! Nein! Und danach musst du mir nachlaufen! Ich bin oben, falls ich mich suche! Ich bin oben! Ich bin oben! Ich darf in dir doch schon nachlaufen! Ich bin oben! Ich darf in dir doch schon nachlaufen! Ach ne! Stimmt! Oh, hallo, Volki! Hey! Hey! Hallo, ihr Kleinen! Wir sind nicht zusammenge... Okay! Ihr wolltet doch zum Arzt! Nein, wollt' ich nicht! Ihr braucht ne Transplantation! Nein, brauch' ich nicht! Ich hab'n Opa-Armsmuskel! Kommt! Ich geb' sie euch! Hey, Volki! Das bin ich! Ich jogge noch! Ich bin ganz gechillt am Joggen! Ich jogge auch! Angel! Angel! Ich heiß' Engel, nicht Angel! Angel klingt besser! Um so anzumerken! Aber trotzdem, okay! Ah! Tschüss! Lass mich doch in Ruhe! Ich hab' dir nichts getan! Spring, Mädels! Spring, du faules Etwas! Dieses Mädel ist echt so langsam! Warum hab' ich das bloß gewählt? Ich räume grad, wo Volki ist! Das kann ich dir nicht sagen! Ich hab's auch noch nicht gesehen! Das heißt, Volki? Nein! Ha! Volki? Nein! Volki! Dreh dich rum, Volki! Ich bin weg! Ich suche schon Druck, so ich darf, dass ihr weniger... Oh! Oh! Verfiss dich! Verfiss dich! Oh! Nein! Volki! Bin ich da! Oh, shit! Bin ich da! Ok! 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 Es geht schon wieder los! Volki! Das geht nicht los! Das geht nicht los! Lass mich joggen! Lass mich joggen! Lass mich einfach nur joggen! Nein! Volki! Du verlierst Blut! Lass mich deine Wunden vernähen! Nein! Will ich nicht! Ich will das von White gemacht bekommen! Du findest mich leicht! Da, wo es explodiert, da bin ich! Ich krieg das nicht mit! Das kriegt mir der Killer mit! Nein! Sackgasse! Lass mich raus! Das ist eine Sackgasse! Bitte, bitte, Volki! Scheiss! Wo habe ich... Hörte, Mr. Monster! Hörte, Mr. Monster! Mr. Monster! Manno! Tschüss! Tschüss! Ich hab Bock mehr aufs Gesicht! So, jetzt rutscht mir noch eine Begefalle! So, ich lass uns hier schön explodieren! Du weißt, wo ich bin! Guckt mal, wie wir bluten, Mr. Monster! Habt ihr eure Periode? Nein! Das ist so! 10... 9... 8... 7... Mr. Monster kann sich auch bitte! Das macht mich sehr nervös! Mr. Monster hört sich auf! Sie wollen doch bloß in Häfen ver... Punkte zu fahren! Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ich nicht! Ich bin glücklich, wie ich bin! Scheiße! Moiki! Mr. Monster, Sie sind sehr gemein zu mir! Lassen Sie mich in Ruhe! Mr. Monster! Moiki! Hey! Du weißt, dass zweimal Scheitern bedeutet! Ja! Ich bitte! Hey, wieso? Hey, wieso? Mr. Monster, ich kann... Ich kann White nicht heilen! Kannst du bitte weggehen? Ich mach'n Spielshot, ey! Mr. Monster, ich kann mir keinen mehr heilen! Sie müssen weggehen! MEX! No! Mr. Monster, ich kann mein Tralalala! I think I każ si mi metal aivan! x poquito Ich reiß' nicht Bis zum nächsten Mal.